3, 2, 1, GO! So heute ist sozusagen der Tag der Entscheidung. Ich werde jetzt heute kämpfen gehen. 3, 2, 1, GO! Junge Alter, ne? Bin ganz so angespannt. Die gehen auf jeden Fall schon mal nicht so in Nahkampf. Ich lockse jetzt erstmal in den Wald rein. Ja. Gut, den Eier habe ich getroffen, gut. Nicht nervös werden. Nein. Okay, die teilen sich ein bisschen. Der mit dem besseren Equip geht gerade vor. Okay. Okay. Der mit dem besseren Equip geht gerade vor. Der mit dem besseren Equip geht gerade vor. Der mit dem besseren Equip geht direkt hinter mir. Okay. Ich esse, ich esse ganz gut was. Okay, ich bin gerade im Wald. Okay. Ich baue dich am besten auf den Baum oder so. Okay. Ich schieße gerade den besseren ab, leider. Ich treffe die auch gerade echt nicht schlecht, glaube ich. Okay, nochmal getroffen. Ich renne wieder im Wald rein. Ja. Bleib am besten im Wald. Ja, bleib ich auch. Ich habe noch keine Götchen verbraucht, weiß er nicht. Ja, ich würde lieber pregame, wenn die zu nah kommen. Ja, die sind schon ziemlich nah. Ich habe gerade voll hart noch. Okay, dann... Ja, warte noch. Ja, die müssen hinterher doch mal sehen. Kommen die? Okay, ich glaube... Ich glaube, der eine ist... Der eine ist jetzt gerade relativ alleine. Ich kann mir den gönnen. Wenn ich mir jetzt noch ganz schnell... Pregen, Pregen. Ah, ich... Ah, ne, ne, die sind... Die sind... Äh, zusammen. Bist du im Wald? Ja, so halb. Halt. Okay. Fuck, immer... Wo ist eigentlich meine Enderperle? I don't know. Mann, fuck, ich treff die gerade gar nicht. Nicht nervös werden. Ja. Funke, schön bleiben. Ganz normal. Die Mutter war halt einzig rein. Ja, das stimmt. Fast dasselbe. Also die Abproduktionsherzen sind schon wieder weg. Hast du Geld? Okay, der eine geht... Lauf. Ja, ich lauf, ich lauf, ich lauf. Bin weit, bin weit, bin weit. Ich lauf. Ich hab drei Herzen, Mann. Drei Herzen. Krieg zweieinhalb. Ich bin tot. Okay. Fuck, das ging zu schnell. Mann, das Problem ist halt... Ich hab mich auf ein 2 vs. 1 eingelassen. Ich wollte jetzt eigentlich echt auf Bogen fighten und alles gehen, aber das Dumme war halt, dass sie jetzt Enderperler genutzt haben und sie zu mir sind. Und ich bin in so ein scheiß Loch gefallen, Alter. Dann... Sehen wir uns nächstes Mal wieder mit Groot zusammen. Ja, dann... Tschau, Leute.